Leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge heute schauen wir mal um was wir für eine mission meistern werden leider ohne feuer dafür aber mit einem kleinen tunnel dahinten möchten wir hin den kollegen kennen wir glaube ich noch nicht fremde trudeln hier ein wie die eisenbahn laut dutzend und schwer beladen du suchst doch eine übungs kontakt um harmonika spielen zu lernen und zumbien zu durchkreuzen hast du nicht gerade gesagt na egal ich erzähle die geschichte einfach trotzdem willst du sie hören was für eine geschichte eigentlich neun schatzi schatzjagd ok ich mache mich lieber als hintergrund geschichten zu erzählen die hier ist gut eins verhinderte ein der neue hält den ausbruch einer käse von kanz sorry indem er mit haus fliegt den weg ins innere freilgraf alter mehr käse käse naja ja hinein gestürmte oder blader zumbies durchkreuzte der käse und das werden wir auch mal der käse ist ja schon flüssig wahrscheinlich war das der fehler wie schaffte er gerade die kunst der harmonika beherrschte die mause fliegen lieben der legende nach hat der held mit einem übungs vorkast spielen gelernte irgendwo hier vergraben lag und wahrscheinlich brauchen wir den auch der mitspielte spiele die boss in dieser welt besiegen beim gegraben von wem was weiß niemand außer mir weil ich es endlich war ha 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 so ich suche ein neues hobby aber harmonika war nichts für mich also verlagerte ich mich auf schatz suche schön und wieder ausgaben da wo wir haben pflanze die graben kann also habe ich das gab ein gerät vergraben und diese hübsche schatzkarte gezeichnet also wenn man erkennt an nichts wenn du die karte zum volks habe ich eine weitere spannende geschichte zu erzählen ja darauf freuen wir uns oh nein oh nein ich mache mich wieder zusammen Oh. Na super. Wann fliegst du ihm der Welche auf? Blasbaren Kostüm verschickt dich denn... Ein Kartenteil, such weiter. Hey, es ist dein Kartenzeug. Du hast es volllassen. Wegen dir müssen wir das machen. Also wenn, dann suchst du das. Die Fässer kann alles möglich sein. Alter. Wir machen fast keinen Schaden mit dieser Klanze. Alter. 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 Ah, hallo! Du weißt, ein weiteres Stück der Karte gefunden! Du brauchst alle! Dann hilft mir! Du brauchst alle? Danke für den Hinweis! Ich werde ihr Leben verlieren! Level 3! Ich werde ihr Leben verlieren! 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 Jetzt nervt mich doch mal alle nicht! Das Schlimmste als Nutzwerke ist aufpassbare Heulaufen! Ich werde ihr Leben verlieren! 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 oh ah ah yes die kiste sehr schön und was ist da drin ah und die habe ich nicht bestellt nochmal jawohl ich kann die gepflichte gerade fast riechen sie riecht doch pokers ja ich habe es verstanden ach oh kiste so hier haben wir glaube ich alle ja ja gut zwei auflösen zwei kartenstücke fehlen hast du eine idee das ist nicht mein ding nein ich habe keine idee wo die letzten zwei sein könnten vielleicht in den lkw dann schwimmen also zombies sind echt nicht die hellsten du du aufschleuchtest du sieh mal nach oben und zur biste dann ja das ist schön ja wunderbar ja schön dass er schutz hat das gefällt mir das gefällt mir mal ok ich soll den brechen und aber das ist los mit euch Ähm, ich will ihn vielleicht hindern, Nioh? Ja? Kurz mal Luft holen. Ich brauch Leben. Ich brauch ganz dringend Leben. Leben ist was Schönes, Leben ist. Leben braucht man. Geht, 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 Geht! AHHHHH! Level 4! Deine Zeit ist vorbei! Ach nein. So, Kollege, und jetzt bist du! Geht, Geht, Geht! Geht, Geht, Geht! Geht, Geht, Geht! Ja, ging deutlich schneller. Geht, Geht, Geht! Geht, Geht, Geht! Geht, Geht, Geht! Geht, Geht! Geht, Geht! Geht! Ok. Der passiert doch noch irgendwas. Oh, ich wusste es. Weißt du was? Er frennt mich mal. Was ist denn das jetzt? Du solltest jetzt zu engem Felsspalte kommen. Ja, dann müsstest du aktualisieren. Alter. Ich muss da rüber. Nein! Ok. Leute, wir müssen hier ein bisschen Spannung in den Videos aufbauen. Erzähl bei uns in der nächsten Folge, wo wir den Schatz holen. Und bis zum nächsten Mal. Was? Oh!